Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Wer macht das euch halt selber? Hallo, ich mache noch mal einen kleinen Nachtrag. Bin auch gerade mit Action for Free hier im Discord. Hintergrund ist folgender. Ich wollte mal wissen, wie viel Saft so eine leere AA-Batterie noch hat. Hintergrund zu den Batterien, die ich jetzt hier habe. Ich habe vier Stück davon. Die sind alle aus derselben Packung gewesen und die habe ich, als es letztes Jahr dunkel geworden ist draußen, hatte ich die in meinem Fahrradlicht. Da habe ich so eine Fahrrad-LED, die nimmt vier von diesen Trockenbatterien. So, ich habe so gesagt. Und ich habe die vor einem Monat oder was, habe ich die aus dem Fahrradlicht rausgenommen, weil sie laut der Anzeige des Fahrradlichtes leer waren und weil es auch im Straßenverkehr nicht mehr sicher genug war, mit denen zu fahren. Und die waren so bei 1,2, 1,1 Volt rum, als ich sie aus dem Fahrradlicht rausgenommen habe. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die jetzt leer sind, kann ich sie ja mal in den Joule-Tief packen. Und habe festgestellt, aha, okay, funktioniert, gut, geht immer noch. Und dann habe ich sie kurz geschlossen. Habe ich mein Messgerät in den Ampere-Bereich geschaltet und habe einfach die Batterie drüber geklemmt. So, und dann haben die kurzzeitig so 300mA geliefert. Dann konnte ich runterschalten auf den 200mA-Bereich und dann ist es auf 150mA zusammengebrochen und so weiter. Und dann habe ich die einfach liegen lassen am Messgerät angeklemmt, also kurz geschlossen über den Ampere-Bereich. Und das habe ich ein paar Tage gemacht, bis die Zellen 0,01mA Kurzschlussstrom noch hatten. Also komplett tot. Dann hatte ich sie abgeklemmt und habe dann die Spannung direkt gemessen. Da war bei 0,1, vielleicht 100, 110mV oder so. Und dann fingen sie an sich zu erholen. So, dann habe ich sie vier, fünf Tage liegen lassen. Und die Zelle jetzt hier zum Beispiel, die habe ich jetzt, die lag jetzt fünf, fünf oder sechs Tage. Jetzt habe ich eben die Spannung an der gemessen. Die hat sich komischerweise wieder auf 746mV erholt gehabt, im Ruhezustand. So, jetzt habe ich sie mal in meinen Joule-Tief reingeschmissen. Und wir sehen, die LED ist an. Ich musste jetzt allerdings gerade den Vorwiderstand überbrücken. Also den Widerstand, den ich im Minus habe, um die Milliampere-Messung zu machen, musste ich jetzt überbrücken, sonst ging die LED nicht an. Und das läuft jetzt schon ein paar Minuten und die Zelle hat immer noch 746mV. Die fällt nicht. Ich habe eben die Last angeklemmt, in Anführungsstrichen. Die Zelle fällt einfach nicht. Obwohl da Licht an ist und die Schaltung schwingt und die Batterie war tagelang kurzgeschlossen. Die hatte 0,01mA Kurzschlussstrom und 0V oder 100mV. Und die ist offiziell leer. Also ich weiß nicht, warum da immer noch Licht an ist. Die Batterie ist offiziell tot. Richtig tot. Tagelang kurzgeschlossen, monatelang in meinem Fahrradlicht benutzt und dann kurzgeschlossen liegen lassen, tagelang. Fünf Tage ruhen lassen. Gut, sie hat jetzt ein tausendstel Millivolt verloren nach dem Anklemmen. Innerhalb von 10 Minuten. Müsste man jetzt ein bisschen beobachten. Aber ja, da seht ihr es. Aber die Rien sind nicht tot zu kriegen. Merkwürdig. Aika. 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 Müsste man jetzt genau das. Aika. Altri angela.